damit ich an meiner fräse auch irgendwas festspannen kann habe ich natürlich jetzt vorher irgendwie lochraster rein zu machen ich habe mir jetzt was ausgedacht über fusion 360 und ich habe jetzt gerade mal so ein bisschen simuliert und mal geguckt ob ich hier irgendwie ins gehe gekommen ich werde erst mal nur durch diese platte was machen das heißt ich werde das jetzt einstellen dass er den nullpunkt findet und dann loslegen 16,7 also ich bin durch so 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 So, die ersten Löcher sind drin, falls ihr euch jetzt wundert, warum man denn vom vorderen Loch ganz nach hinten gegangen ist. Das hintere Loch hier hinten habe ich bei der Konstruktion, ja, verhauen, da habe ich den Außenkranz gemacht und ich kam da irgendwie nicht ran, ich habe da irgendwie Probleme gehabt. Da habe ich das Loch gelöscht, nachdem ich das letzte Loch hier unten hatte, habe ich das Loch gelöscht und habe das ganze Loch normal gemacht. Ja, jetzt ist er hier fertig mit seinem ersten Durchgang. Davor hatte ich die meiste Angst, dass ich hier irgendwelche Schraubenlöcker treffe, mache ich aber nicht. Wie man sehen kann, ist er super, ja, super an den Dingern vorbei, also da dürfte ich, selbst wenn ich tiefer komme, nicht in die Sockel unten reinfräsen. Hier wird es ein bisschen knapper, ja, aber das ist super. Gut, ich muss jetzt aber neu programmieren, ich muss diese Löcher ein bisschen größer machen, weil ich kann sie auch aufbohren. hier sollen überall so Gewindehülsen rein, die setze ich da rein und werden verschraubt. Und dann wird einfach, wenn ich die Opferplatte nochmal mache, kann ich die Opferplatte einfach nach dem Programm, was ich ja jetzt erstellt habe, nochmal fräsen. Aber ich denke, man kann auch hier einfach, ich glaube, ich mache das anders. Ich habe jetzt das Programm umgeschrieben, ich habe das gleiche Programm genommen, was ich vorher genommen habe für die Opferplatte. Der spricht kein Deutsch. Die Opferplatte, ich habe jetzt nur das Lochmaß geändert auf 8,2 mm, weil ich habe ein Probestück gemacht, ein Probestück gemacht mit einem Achter und das Ding ist so stramm, dass ich denke, 8,2 mm ist besser und ja, ich habe das Ding auch schon eingerichtet, jetzt macht er ein kleines bisschen ein anderes Muster, aber jetzt soll es auch damit funktionieren. Es funktioniert nicht. Er hat hier gerade mal dreimal die Meter reingefilzt. Aha, Grundpunkt. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ja, das ist gut. Ich habe ihn zu hart einprogrammiert. Ich habe ihm gesagt, 5 mm soll er reintauchen? Mag er nicht. Mag er nicht. Mag er nicht. Darum verliert er die Schritte nämlich. Ich weiß jetzt, woran das liegt. Der Motor kommt gar nicht durch die Platte durch. Das geht ja gar nicht. Darum kommt er auch da nicht rein. Weil er schlitten nicht tief genug fährt. Das geht ja. Bis zum nächsten Mal. Wir brauchen eine Bedeutung. Wir brauchen eine Bedeutung. Wir brauchen eine Bedeutung. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Und hat dadurch das Werkstück zur Seite gedrückt und dann eben das hier nicht mit weggefräst. Macht aber nichts. Das kann ich am Tellerschleifer einfach mal nachbearbeiten. Wenn ich jetzt noch einen mache, würde ich fast sagen, ich mache ihn einfach höher. Obwohl das jetzt gerade so durch ist. Also wirklich gerade so durch. Also ich werde davon noch ein paar machen. Der gefällt mir nicht ganz so gut, dass der so knapp ist. Na ja gut, zum Halten reicht das vielleicht. So, ich mache noch ein paar und dann melde ich mich wieder. So, das soll es jetzt gewesen sein. Ich habe jetzt vier Stück fertig gemacht. Hat ein bisschen gedauert. Es ist, also wirklich so ein paar Brandspuren sind da schon drin. Aber ich zeute das dem Fräser, der wie alles andere von dieser Fräse aus China kommt. Gut. Die Dinger werden natürlich nicht für die Ewigkeit halten. Das ist klar, wenn man den Druck auf so einem Teil hier unten drauf setzt, dass er dann hier auch wahrscheinlich einreißen wird. Also das ist was für leichte Drücke. Irgendwann muss man mal ausprobieren, die Dinger vielleicht aus Aluminium zu machen. Dann halten sie auch. Aber fürs Erste ist es ja immer noch besser, als wenn man gar nichts hat. Und die Löcher habe ich ja gestern gemacht und das habt ihr ja gesehen. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Gerne Kommentar da lassen. Schreibt mir, was ihr zu meiner Fräse sagt. Ob ihr aber irgendwas besser machen würdet oder auch nicht. Sie hat natürlich jetzt ordentlich Staub hier abgefangen. Ich muss zusehen, dass ich da beim Staub bei der Fräse selber einen Anschluss kriege. Irgendwie. Muss ich gucken. Das ist aber Nebensache. Ich habe in der Tischlerei gelernt, die hatte gar keine Absaugung. Also von daher ist Staub für mich eigentlich kein Fremdwort. Und ja, wie gesagt. Daumen hoch, Kommentar. Abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal.